html und css webseite veröffentlichen im ersten teil haben wir unsere erste webseite erstellt es wäre ja schade wenn diese webseite nur auf unserem computer liegt und sie nie von jemand anderem angeschaut werden kann deshalb werden wir jetzt die webseite gleich live ins internet stellen hinweis sie werden nicht von beginn weg viele besucher auf ihrer webseite haben denn solange sie niemandem einen link auf die seite schicken oder den link irgendwo veröffentlichen wird kaum jemand einfach auf ihre seite stoßen hosting was braucht es eigentlich damit unsere webseite im internet aufgerufen werden kann wir brauchen einen server wo unsere webseite gespeichert ist und eine adresse genannt url damit unsere seite auf dem server gefunden werden kann es gibt zahlreiche dienste wo wir speicherplatz auf einem server mieten können solche dienste nennt man hosting wir schauen nun ein paar möglichkeiten für ein hosting an falls dies ihre erste webseite ist empfehle ich dass sie einmal mit bit balloon beginnen bit balloon ist ein wunderbar einfacher dienst den man sehr empfehlen kann so geht es erstens melden sie sich an auf der bit balloon webseite www.bit balloon.com klicken sie dazu auf anmelden und anschließend auf anmelden mit persona anschließend geben sie ihre e mail adresse und das passwort ein ein persona account ist voraussetzung zweitens sobald sie angemeldet sind können sie einfach ihren gesamten webseiten ordner ihren portfolio ordner in den dafür vorgesehenen bereich ziehen einfach ordner nehmen und drag and drop drittens kaum zu glauben aber das war es schon sobald die seite hochgeladen ist wurde für sie eine url generiert unter welcher ihre seite aufgerufen werden kann klicken sie auf diese url und überprüfen sie ob die seite korrekt angezeigt wird dies ist die url die ich nun einfach in einem anderen tab aufrufen kann und überprüfen kann ob die webseite korrekt ist viertens um ihre url etwas zu verkürzen können sie auf edit name klicken und einen beliebigen namen eingeben fünftens für updates sobald sie eine neue version ihrer webseite veröffentlichen möchten ziehen sie den ordner einfach erneut in das feld mit dem text drag and drop to update your site google drive eignet sich auch als hosting server der nachteil ist dass sie eine sehr lange url erhalten werden so funktioniert es erstens melden sie sich bei google drive an zweitens laden sie ihren ordner mit der webseite auf google drive hoch per drag and drop einfach den ordner hochladen drittens selektieren sie den ordner in drive und wählen sie freigeben ändern sie den zugriff auf auf öffentlich im web auf erweitert privat ändern in öffentlich im web und speichern und fertig viertens öffnen sie den ordner in drive und überprüfen sie ob alle webseitendateien index.html bilder css etc enthalten sind fünftens kopieren sie die zeichen nach folders in der adresszeile ihres browsers sechstens geben sie in der adresszeile ihres browsers ein google drive punkt com schrägstrich host schrägstrich und anschließend die kopierten zeichen und einfügen unter diesem link kann nun jeder ihre webseite aufrufen man kann auch dropbox als hosting server verwenden damit dies funktioniert braucht man jedoch einen zusätzlichen dienst welcher die webseiten anfragen weiterleitet zwei mögliche dienste sind pancake.io oder droppages.com wenn sie schon etwas erfahrung mit programmieren haben dann ist auch github eine gute möglichkeit für webseitenhosting github ist eine plattform um die zusammenarbeit unter programmieren zu erleichtern und bietet darüber hinaus auf github pages hosting für webseiten an github pages bietet mehr optionen zum beispiel mit eigenem domain namen verknüpfen aber es erfordert kenntnisse im arbeiten mit gith url verkürzen je nach hosting das sie gewählt haben ist die url für ihre webseite recht lang dafür gibt es ganz einfache dienste mit welchen sie eine url verkürzen können mit verkürzten urls wird es auch vorstellbar dass man diese zum beispiel auf einem mobiltelefon eingeben kann manche dienste erstellen auch gleich ein qr code hier ist eine liste von ein paar diensten gu.gl inklusive qr code wenn man auf details klickt dann bit.ly und zum schluss noch tiny.cc eigene domain irgendwann kommt der zeitpunkt wo sie einen ganz eigenen domain namen wie zum beispiel www.meinehomepage.de möchten zum teil können sie gleich bei ihrem hosting anbieter einen domain namen registrieren lassen ansonsten gibt es zahlreiche web hosting dienste es lohnt sich ein paar dienste zu vergleichen wenn sie persönlichen support möchten können sie auch mit einem anbieter in ihrer umgebung kontakt aufnehmen und dann gibt es die 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 die